hallo und herzlich willkommen zu creativerse mit dem kind zipfel ich bin so aufgeregt ich bin so aufgeregt ich bin so aufgeregt ich bin so aufgeregt ich ja wir starten mal packen sie ne also ich hab schon ein bisschen ich hab schon ein bisschen gedaddelt muss ich gestehen tut mir leid passwort passwort so ja das musst du dann verstecken weißt du das passwort habe ich dir das erzählt naja ich bin nicht sicher du warst doch eben schon hier drin warte mal wir machen das jetzt anders so ein kleiner fehl am anfang ich bin so aufgeregt ich bin so aufgeregt da ist er da ist der packhäutra bei mir leiden auch da und let's pixie us irgendwas so schnell ich nicht lesen die ich glaube ich bin mega awesome diese textur liege von mir richtig geil haben wir schon gesagt dass das hier creative versus wir haben wir haben nämlich zwei keys von dem von den von den machern dieses spiels bekommen ganz nettes team play full punkt com ist die internetseite wo ja alles verlinkt und unter und kinsie ist ein mann und packhäutra ist eine frau ich bin ja das ist die kleine süße packhäutra ich bin man das ist die kleine süße packhäutra hallo viele wissen vielleicht minecraft wurde von dem spiel hier geklaut ja genau minecraft ist nur geklaut man kann man kann blöcke abbauen finde ich ganz toll die einsaugen die kannst du noch nicht die kannst du noch nicht ach du kann ich gar nicht nee du musst erst du musst erst sachen bauen ich wollte gern in dem wald hier drüben bauen ja da drüben irgendwas und wir haben wenn wir tab drücken so einen geilen knüppel damit kann ich dann zu kinsie gehen nein nein habe ich muss das doch zeigen nein ich will nicht gehauen werden wir die krabbe da oder was ich weiß nicht sollten wir uns mit der krabbe anlegen ja lassen 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 den grünen da oben nehmen der ist nicht so toll ich muss noch zu meinem meinem spiel hier sagen das ist keine referenz für für die grafik des spiels auch wenn es schon echt klasse aussieht ich habe es nämlich wirklich auf ganz niedrig alles gestellt damit es besser spielbar ist weil mein rechner ein alter krippel ist ich habe auch nicht die beste grafik leider ich habe jetzt gerade 25 26 fps oder du hast den fetten schon die ganze zeit ich helfe dir und ich lute ich soll dich recht schlägt aber ich habe schon gelagert das ist meins was war da drin und wie heilig musste ich es nicht so rausschmeißen doch kann ich doch eigentlich warte mal nicht ach ich kann keine sachen rausschmeißen ort mir leid aber das ist nicht so wichtige sachen ich 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 mir war sie gut für dich auch dass wir eine kiste haben wir teilen ja eben was vollkommen kann die zwei blöcke hoch springen das ist also wie ihr schon seht ein bisschen an mein kopf angelegt wie ich sagen muss und texturen finde ich sehr schöner mit rechtsklick gut ich einfach wenn du hier die die bäume mal anguckst und manchmal sind da so so dinger drin so so blümchen die sollen wir mitnehmen weil da können wir tränke draus machen du hast ja auch aber die die roten und jetzt kann ich einfach so ein baum abbauen du kannst auch den baum abbauen ja sollten wir vielleicht auch machen wir müssen uns nämlich bald auch einen unterschluft bauen weil wenn es nacht wird die blätter eigentlich von alleine weg kann ich darüber frage ich die blätter kannst du musst du abbauen die gehen leider noch nicht von alleine weg achso müssen wir auch noch erwähnen das spiel ist noch in der alpha gibt es auf steam für ich glaube 1299 1999 ach nee 1299 war glaube ich winter sale es ist vorbei es ist irgendwo drunter verlinkt aber und es soll später free to play werden und man bekommt dann aber 20 euro gut haben glaube ich und wenn das spiel startet noch mal 20 kostet ja glaube ich auch hast recht ja wenn du ihn weg haben willst ja aber nimm nur das holz mit oder ist das geil ich habe einen platz zum leben gefunden da hinten rennt ja guck mal guck mal hier eine ganz große ebene mit wald dann weißt du ob uns hier irgendwas angreift nachts alles nachts greift uns alles tagsüber nur in höhlen wir können es noch ausbauen ja aber ich möchte schon dann die ganzen bäume weg haben die sind ja das ist ein geiles ding das ist ein hola baum wie mache ich die quarten oder hier sind weins mit weins können wir kisten machen die brauchen wir für kisten ist das geil wir haben echt richtig geilen spot bekommen ja und die dauern die jahre echt gut haben wir eigentlich alles gesagt was wir sagen müssen zu dem spiel es sieht cool aus und wir spielen es jetzt und das wird nicht täglich kommen wird free to play werden aber auch schon gesagt haben wir alles schon erzählt man merkt vielleicht für sie ein bisschen aufgeregt weil es ist echt wir haben uns so gefreut auf dieses spiel gerade ich habe schon seit monaten aufgeladen habe damals mal trailer gesehen und dann habe ich ihm das gezeigt und dann haben wir gesagt okay das mal ja ich habe dann bei playful angefragt und direkt zwei keys bekommen für uns beide echt nett danke playful.com vielen dank auf deutsch weiß ich nicht aber vielleicht ja gut wir haben erst mal ein bisschen holz wie kraftig denn hier irgendwas es gibt diese crafting tables du musst erst zuerst zu einem crafting table das ist dieses zahnrad auf der karte oben der karte nicht auf dem kompass ich werde derweil mal ein paar pilze suchen weil die brauchen wir um die ersten ohne kiste rechtlich ist hier noch kurz eine welt bitte entschuldigung ich hab schon gelotet also okay ich bin ein arsch und ich bin ein arsch das kein problem die teilen ja eh nachher wir bauen ja eh ein haus sterben schweifeln das tun zu mir verleidt ist voll süß ja das als ich das das erste mal gehauen habe fand ich auch es ist voll süß und ich will es eigentlich gar nicht schlagen wollen wir dann mal zu dem kompass gehen brauchen wir eine crafting wir müssen ja müssten wir eigentlich irgendwann mal hin wie sieht es eigentlich aus mit essen und leben regenerieren weil ich sterbe gerade lass mich das monster kick töten wir müssen ja dafür müssen wir pilze finden aber die braunen pilze hier hinten sind ganz viele pilze dass die braun ja die braunen die sind einfach in der erde drin die sind nicht so leicht zu sehen müssen wir mal gucken so dass wir uns nicht trennen besonders wenn es bald nacht wird ja ja wenn es nachts wird dann müssen wir trennen mit der ausrüstung die wir haben über euch den rote pilze ach so genauso einfach dann genau so wie blöcke genau er musste gucken dass ich den block abbaust und ich habe jetzt herausgefunden ich kann was in meiner leiterung was oben rein machen habe ich unendliches im winter oder nee das ist leider auch begrenzt aber wir haben jetzt ein paar weins wir können kisten bauen ok das ist schon mal sehr gut wie rennig hast du gesagt auf schrift ja das ist aber nur eine gewisse ausdauer genau so wie heil ich mich wir können später potions machen und irgendwie ist das ts wieder gerade echt übel echt was ist das für eine geile es ist meine internetverbindung ich muss mich die woche mal darum kümmern besseres internet zu bekommen wenn ich jetzt umgezogen bin hoffe ich auch das mit 200.000 leitung krieg das ist schon ein brauner pilz das ist ein cooler baum und ich habe irgendwas gemacht sehe ich dich da ja ich sehe dich noch darum ist noch ein brauner pilz wo ich vergesse immer dass ich hier kein dings habe kein was grüß kein ah cool das ist ein optif ein das ist kein minecraft nee das ist kein äh 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 wie blöd mache ich hier im block sitzen äh mit rechts leg mit dem wenn du den handschuh in der hand hast war hier nicht noch ein pilz war nahe ich bin voll tief gefallen aber ich habe es immer wieder zu tun zu haben stürzt ich hab's mit der selben nachschluss m aus den bäumen okay ich glaube davon brauchen sie die gelben aber man merkt es sich alles was schon gut ist kann ich also nicht abbauen okay genau ich sammel gerade Pilsen aber das ist eine Treppe überhaupt kann es sein nee die war schon da die war schon da geht er nicht rein noch nicht wir brauchen erst Rüstung und so aber 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 money 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 ich möchte darüber ich möchte darüber ich baue mir eine Brücke aus Blättern was bedeutet das wenn der Block blau leuchtet blau habe ich noch nicht gesehen ja da ist sowas gefunden was ich noch nicht kenne obsidian okay obsidian obsidian ist wichtig das brauchen wir bei der dritten stufe für den Abbau für den Abbaubooster vielleicht auch so ewig jetzt kannst du mir obsidian die Stelle merken wir uns obsidian ist es gut hast du mir eigentlich schon gesagt wie ich mich heilen kann wir müssen Tränke machen es geht nur mit Tränken dann komm ich wieder raus ich sammle schon mal ein paar ich sammle gerade schon sachen ich habe und was ist das für den Anstieg okay ich glaube das ist nicht das Richtige wie der Stau Yellow Flower ich komme die Treppe hoch da bist du doch ruhig ich bin hier oben auf dem Baum ich komme gleich wieder zu dir wir wollen auch ein bisschen zusammenstehen wenn du dich siehst und da steht grün oben ja wir sollten zusammenbleiben auch wenn du ja wenn es nachts wird auf jeden Fall das aber zum Glück sehe ich dich ey das ist cool das weiß ich nicht ganz so genau aber ich die Sonne geht glaube ich grad unter die Sonne da war das sieht cool aus wir sollten wir sollten nein hab ich brauche guck dir mal das an kennst du die guck mal nach rechts ach da guck dir mal das grüne an das ist cool das Chameleon ja mach's kaputt das ist eigentlich voll süß ja ich hab aber nur noch ein sechste Leben ok dann mach's nicht und wir bauen uns ein Haus aus Blättern es rennt weg es rennt weg oh mein Gott ist jetzt süß tu mir leid wir wollen den hier auch machen das ist schlecht dass sie wissen ja oh da ist noch einer oh da ist wieder so ein cooles also ich würde mich einmal kurz zur Ebene begeben zur Ebene begeben und unser Haus bauen allerdings würde ich das gerne aus Holz machen aus Holz wie ist das etwa aus Holz aus Elderwut Elderwut aus Elderwut oh Elderwut ich baue einfach Blätter als Stamm denn sieht das nicht so doof aus dann sieht das aus wie ein riesiger Bus äh Busch krieg ich eigentlich Fallschaden ja oh oh ich hab nämlich auch schon Fallschaden bekommen ja gut wie gesagt ähm ja gut weil ich hab jetzt ja nur noch so wenig Leben dass wenn ich einen Hit kriege will ich down ei 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 ok wo bin ich wo bin ich wo bist du ich hoffe ich kann dir gleich einen schönen Trank brauen was ist eigentlich auf zwei was ist das ich habe TNT gefunden na gut ach hör auf TNT hast du eine Kiste gefunden ja in der Höhle ah sehr gut aber geh nicht zu tief in die Höhle ich hab Huf gefunden ach ein Huf hab ich gefunden Glob of Go hab ich gefunden aha und Maltex Max go und Poe Flower aber die Kiste hab ich leider nicht mit abgebaut das ist traurig ähm ähm es wird langsam dunkel kann sein ja ja wollen wir uns ich komm hier niederlassen uah ich baue nochmal ein bisschen Dreck ab das wir uns einbauen können ja ich komm mal den Berg wieder hoch ein Stück als ich jemals wieder ankomme äh siehst du mich? das ist grad echt ein bisschen wie Minecraft anfänge man baut ein Haus aus Dreck ja ich seh dich wo bist du? ähm da wo wir am Anfang waren wie siehst du mich von da aus bitte? die weiße Schrift aber die seh ich nicht bei dir ich bin auch weiter unten warte warte ach da hinten ich hab dich ich hab dich ich bin abgestürzt na gut ist nicht so schlimm erstmal hier die Blätter weg machen oh oh ich hab auch Angst ich weiß nicht du hast ja schon ein bisschen gespielt und TS dreht wieder am Rad okay oh man ey ist echt nervig mit meinem TS jetzt hab ich schon die ganze Zeit die Probleme ähm wo ist ein Fluch? ein See ich wollt gerne auf die Ebene welche Ebene? ist die nicht da unten bei dem? mhm ja die ist hier gleich in der Nähe da wo das Schweinchen läuft oh ich hab Angst ich wär beinah gestorben gut weil ich da beinah runtergesprungen wär mhm gut ich baue mal ein Haus aus Dreck und damit müssen wir erstmal klarkommen ich glaub ich kann auch noch Fackeln bauen das ist voll geil wenn der runter springt wie der dann so landet wo bist du? mal hinten guck mal hier am Fluss ist doch voll schön am See meine ich ja ich baue aber jetzt mal ganz schnell hier was hin weil es wird echt grad gefährlich ja wie überspringen wir die Nacht? äh die Nacht überspringen ist weiß ich noch nicht ich baue mal ein paar Blätter noch andere mit dazu ist ein äh spartanisches Haus hast du noch genug? ja ich hab noch ein paar Blätter ich hab nix mehr an Zeug ähm ich hab auch noch Blätter ne ich hab keine Blätter mehr aber ich hab noch Holz nein ja wird ein buntes Haus ne ja so so können die irgendwie drüber klettern? gibt es hier sowas wie spinnen? ähm die bewegen sich komisch manchmal hab ich das Gefühl die können klettern ja aber ich weiß es nicht ganz genau ich hab's halt noch nicht so viel gespielt weil ich halt auch mit dem paar Coitrat gerne zusammenspielen wollte und er hat sein Keyes später bekommen hä warum wird denn da raus jetzt Holz? ich mach grad ruhig warte mal ich komm gleich durch die Tür die Tür müssen wir aber dann verschließen ok können wir irgendwie Fackeln machen? ja ich ich hab n Crystal Shard ich hab Kohle ich hab Obsidian noch ich versuch nochmal zum ich versuch nochmal zum Crafting Table zu bekommen aha das wird jetzt eine gefährlichere nein vergiss es vergiss es vergiss es vergiss es komm rein ich hab Angst äh da oben ist noch ein Loch oder wir sterben einfach wir versuchen es und sterben einfach nein aber wir können ja wieder ein spawn aber ich will nicht verlieren wir dann unsere Items? die können wir wieder einsammeln da kommt irgendwas es haut nicht ja nein nein komm her komm ins Haus komm ins Haus komm ins Haus ich versuch zum Crafting Table zu kommen sonst ist das voll langweilig da drin im House ich muss nur ein Crafting Table bauen und dann können wir schon weitermachen ich bin ganz nah dran ich bin ganz nah dran ich bin ganz nah dran das Schwein hier ist noch gar nicht ach du Schöße das kommt mir hinterher hast du ein Teleporter im Inventar? Nein! Nein! Okay, die können dann schon weit runterspringen. Ich dachte, ich bin da. Ich glaub, ich bin da. Oder? Wo ist denn der... Ich bin gleich weg vom Fenster. Ich hab Angst. Äh, ich hab Angst, ich wurde angegriffen. Äh, ich bin doof. Oh, mein Ohr juckt. Oh, nein, was ist denn hier los? Was? Was wollt ihr von mir? Ich hab doch nichts. Ich hab doch nichts. Alter Schwede. 1, 2, 3. Ich hab Kohle, Gunpowder, Mosttort und was anderes. Ich weiß gar nicht, ob ich Zutaten habe für ein Crafting Table. Das Hotel. Echt? Jetzt schon? Nee, das ist immer noch dunkel. Wenn ich wüsste, wo du bist. Du bist beim Crafting Table. Ja! Nein! Mir fehlt... Mir fehlt ein Bone. Ein Bone. Ein Bone fehlt mir. Ist das ein Baum? Ein Bone. Ich hab Baum. Bone. Nicht Baum. Oder hast du Bone gesagt? Also ein Knochen. Aber ich werd grad fett angegriffen, ey. Alter Schwede. Ich hab Knochen ohne Ende. Ich werd sterben. Ich bin tot. Was? Ja. Aber ist nicht schlimm, weil ich bin direkt neben den Crafting Tableen. Ja, aber die sind in der Urne. Da, wo ich gestorben bin. Achso, die spawnen nicht? Ja, aber die in der Leiste, die behält man sogar. Also nur die, die im Inventar, im Beutel sind, die sind weg. Aber die spawnen auch niemals. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man nochmal stirbt. Das weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ich seh dich. Oha. Ach, das ist der Crafting Table. Ach, hier ist auch einer. Wozu geh ich denn zum Arsch der Welt? Oh mein. Hast du dein Zeug wiederbekommen? Ne, ich muss mein Zeug erst holen. Das ist ein bisschen weiter weg. Mist. Ich hätte ja auch hier hingehen können. Ach, hier ist ein Crafting Table. Soll ich den bauen? Oder hast du schon? Kannst du einen bauen? Ja, klar. Dann bau einen. Kann ich fünf bauen. Dann bau einen. Einer reicht. Ich kann eine Wood... Entschuldigung. Ich kann eine Wood Sword bauen. Was ist das? Oh ja, das mach auch mal. Dann kannst du mich verteidigen. Hast du noch vier Holz? Dann bau ich dir auch eins. Ich weiß nicht, wie ich Holz wegschmeiß. Ich weiß nicht, wo das ist. Ach hier. Vielleicht gut. Collect Items. Danke. Ne. Ich glaube, man... Ich kann das höchstens setzen. Dann kannst du es abbauen. Mhm. Auch ne, ja. Ich kann es setzen. Klar. Was hast du mich gehauen? Was? Was war das? Kann man das nicht irgendwie wegwerfen? Ups. Ne, du musst es setzen. Dann kann ich es abbauen. Aber brauche ich ja nicht. Ich brauche das Holz oder was? Ja, dann kann ich dir das Schwert nicht geben. Wie soll ich dir ein Schwert geben? Ähm. Oh, stimmt. Warte kurz. Äh, was war das? 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 Warte mal ganz kurz. Ich probiere mal das aus. Warte, ich mach mal. Bitte. Ähm. E. So, ähm. Was ist denn eigentlich? T für ein Ding. Teleport. Ach so, okay. Ähm. Ich weiß nicht, wie kann man hier was wegwerfen. Das sollte ich vielleicht herausfinden. Ich hab keine Ahnung. Ja, das ist doof. Dann musst du dir halt noch kurz ein bisschen was fahren. Ja, kein Problem. Vielleicht kann ich auch schon eins machen. Warte mal. Ne. 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 Ich kann was in den Müll werfen, aber das will ich nicht. Aber ich möchte ganz gerne, dass Tag wird. Ich möchte ganz gerne, dass Tag wird. Ich hol mir jetzt einfach mal ein Staff wieder. Was bedeutet weiß? Hm? Weiß ich nicht. Ich hab immer alles grün oder rot. Abzubauen, aber. Ich kann den Kopf den Tier mir nicht abbauen. Oh. Weil wir sind übrigens bei 20 Minuten. Echt? Hm. Ich würd gerne noch ein bisschen weiterspielen, aber. Wir können auch gerne eine Folge noch aufnehmen, wenn du willst. Hm. Ja, vielleicht sollten wir das besser machen, wenn mein TS besser funktioniert, dass wir das dann morgen weitermachen oder so. Ne. Du solltest mal auf mich warten. Mano. Ich würd's auch gerne aufnehmen, ja. Mach weiter. Lass noch nicht. Warum läuft denn die ganze Kisten vorbei? Kisten? Ach. Echt. Krass. Voll vorbeigelaufen. Ich hab ein Chip. Old Data Chip. Echt? Es gibt Chips? Ich hab Crumble Note. Oh. Ey, was auch immer das ist. Äh. Seht noch nicht. Da steht was dran. Bla 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 bla. Ähm. Kann man nicht ganz reden, aber kann man damit irgendwas machen? Aber so Notizzettel hab ich auch schon ganz viele gefunden. Die kann man wohl sammeln, nehme ich an. Da vorne sind viele Monster. Und dann vielleicht so ein Buch zusammenbinden, irgendwann. Da ist unser Haus. Ja. Stimmt. Das ist perfekt. Ach du Scheiße. Ich kill mal so ein Planet Pixies, die krieg ich ja kaputt. Ich hab ein Schwert. Mach's kaputt. Mascarpone. Oh, ich hätt das nicht machen sollen. Da sind nämlich Knarren drin, die kann ich gebrauchen. Oh. Pass auf. Was? Oh, da ist ein böses Tixi. Ich bin down. You have been delayed. Oh. Oh. Oh nein, 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 nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Scheiße. Ich hab alles verloren. Ja, kriegst du wieder, wenn du zu deiner Leiche gehst. Der Totenkopf. Ach so. Na gut, dafür hab ich voll Leben und ein Schwert hab ich immer noch. Das Schwert behältst du auch noch. Beispiel mal ein Crafting Table. Da unten müsste ich ja eigentlich sein. Ja. Aller Anfang ist schwer, ne? Ja, geht. Okay, wir holen jetzt noch meine Leiche. Mhm. Kannst du eigentlich meine Leiche auflooten? Weiß ich nicht, glaube nicht. Soll ich mal versuchen? Ich hoffe nicht. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, Hilfe. Was ist denn das? Hast du auch gestorben? Ja, ja, ich bin auch gestorben, klar. Dann ist das deine Uhr noch. Die leuchten dir ist meine. Kann ich duten übrigens. Kannst du? Durch die Luten, du hast ja eh nix, ja. Oh, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter uns. Hinter dir, hinter dir. Ich geh ins Haus. Warte, kann ich da mit rein? Hier. Ich bin drinnen. Aber du musst zumachen. Oh, das kommt, das kommt, das kommt, das kommt, das kommt, oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Es kommt viele, viele viele Monster. Es schaust kaputt, ich hab's kaputt. Okay, wir doiten. Länge noch voll, oh, 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 ich bin doch optisch down. Ich bin doch, oh, 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 oh. Ich mach' ja nicht viel Schaden. Ich mach' ja nicht viel Schaden. Das ist ein Fieser, das ist ein Night Rockstar. Das ist ein Oh, der ist mies, der ist mies. Der ist mies. Das liegen ich froh, meine ohne kurzem, wenn wir die Folge. Hast du die kaputt machen? Kannst du die kaputtmachen? Oh, oh, was gibt aber? Also ein Night Leaf hier habe ich kaputt gekriegt. Okay, ich komme. Jetzt wird es eh Tag. Die spawnen die oder verbrennen die oder so? Die verbrennen dann, ja. Okay. Ach du Scheiße, noch mehr hinter dir. Der schützt sich. Der Ars. Jetzt verreckt doch du Scheiß-Drecksthing. Yeah! Das ist kaputt. Oh. Wir sind echt lootgeil, beide. Ich merke das schon. Ja, egal, wir holen dir nachher erst. Looten und leveln. Looten und leveln. Es ist echt schade. Ich habe meine Pilze verloren. Ich weiß nicht. Was für Pilze? Aber ich kann meinen... Das sind die Pilze, die man für die Tränke braucht. Ich habe vier. Versuch mal einen Trank zu machen. Am Crafting Table. Falls du einen Crafting Table hast. Ich würde sagen, wir sind jetzt bei der nächsten Folge. Wir sind jetzt bei 25 Minuten. Ja, dann beenden wir diese Folge auf jeden Fall, ja. Okay. Komm mal rein zu Hause, wir brauchen das Haus zu. Wir müssen ja auch irgendwann in die Haier gehen. Komm, gut, gut, gut. Wir brauchen das Haus dann dichter. Also ich bin mir nicht sicher, ob das... Weißt du so, wir haben das? So, machen wir ganz dicht. Ich weiß nicht, ob das auch wirklich weiterläuft, aber sicher ist sicher, ne? Okay. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle bei Quincy erstmal für die Aufnahme. Und bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge und ihr könnt uns gerne mal schreiben, was ihr von dem Projekt so haltet, wie ihr das Spiel findet. Weil ich bin echt begeistert bisher. Das Spiel ist geil. Das ist der Hammer. Echt. Also mir persönlich macht es richtig viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch auch das Zusehen Spaß gemacht und dann schaltet auch nächstes mal wieder ein bei mir oder packt euch rein, je nachdem, wo ihr wart, ne? Der haut mich. Was? Mit was denn? Du hast mich gehauen. Okay. Ich baue dich ab. Ich baue dich ab. Tschüss. Ciao.